Im ersten Moment würde man immer glauben, Deutschland ist weit genug. Aber tatsächlich ist es, glaube ich, wie in vielen anderen Gruppierungen, selbst hier in Berlin, einfach immer noch ein Thema. Ich meine, allein, dass ich jetzt schon hier sitze und von mir erzählen soll, nur weil ich schwul bin. Vielen Dank.